Hallo und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Oldschool Games von Atari Jetzt haben wir hier den Libertor Ich kenne die Libertor auf und kann mal sehen wie das so aussieht Man kann hier nichts lesen Das sieht man immer so das Erscheinungsdatum auf wenn man so grob erahnen wenn da mal eine Zahl erscheint Ich sehe jetzt gerade kein Copyright Logo stehen Hier unten würde es stehen Es könnte 83 sein Würde ich vermuten Ich mache so so die Kisten aus Wir schauen mal schnell an Steuern Schnell mal schauen So hinter haben wir hier Links rechts Und Leerzeit zu feuern Schild ist X Ach 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 Dann die Einstellung Wir hören mal die Lebens- und nicht so schnell Tennis Klämen Was ist da? Reduzieren Na Aufwärter Alter Schwierigkeitsgrad Einfach Doch Schauen Was man da tun muss Galaxie Has been invaded by the evil Melagon 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 Naja Liberator Commander Champion Of the Atari Voraussetz Liberator Wir drücken einfach 82 Hier steht das groß Ja 82 Alles klar 1982 Wurde ich 12 So Hey Habe ich nicht gespielt In dem Alter Da hatten wir immer noch unseren Telefon mit Ping Pong Alles klar Ähm Es hat mich auch damit... Uh Wo ist mein... Wo ist mein... Kann ich was ändern? Ist das los? Ah Ne Long Range Scanner ist Detected Geht's schon los? Oh Jetzt geht's schon los Achso Oh cool Oh Oh Ist das schön, ne? Ähm Ich hab schon verloren? Verloren? Nein Okay 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 Ah Ah Oh 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 Gewonnen Ui Game over Okay Ähm Jo Ähm Puh Ich dachte das ging ja schnell Ähm Haben die viel geschafft, ne? Oh Ja Alles klar Ähm Soll ich jetzt nochmal spielen? Ähm Ähm Lieber nicht, glaub ich Ähm Nein Viel spiel ich noch vor, aber wir wollen nur kurze Folgen machen Das ist auch nicht so... So ein Augenschmaus ist das nicht, ne? Obwohl das war nicht ganz schlecht, aber so Ich weiß... Das hat ja schon ein bisschen Unterhaltungswert gehabt, ne? Also 82 82 82 82 82 ist das gar nicht... Gar nicht schlecht Ja Hm Hm So Ein bisschen langsam, ne? Muss das hier die Dinger abwehren, ne? Hat aber nur diese vier Kanonen gehabt Ja Ja Okay Ja Okay Jetzt hast du schon wieder, siehst du wohl? Kurze Folge Hm Was ist denn schmerzlos? Alles klar Dann würde ich auch super schnelle hochgeladen kriegen Wenn sie kurz sind Super Hey Dann bin ich mal weg, ne? Und ähm Wir sehen uns dann Bei der nächsten Maschine Mal schauen, was das ist Ciao